Hallo und willkommen zu unserem neuen Video direkt aus der Kälte im Stubaital. Boah, es ist kalt. Es ist arschkalt und es ist ziemlich leer, verlassen, einsam und sehr verkehrt und schattig. Und damit würde ich sagen, starten wir mal auf den Berg. Es sieht jetzt auch sehr idyllisch aus. Heute geht es auch schon wieder ordentlich steil rauf. Wir haben vorher schon gescherzt, dass wir nicht wissen, ob die Touren jetzt wirklich alle so steil sind oder ob wir so unfit geworden sind. Weil das ist ja langsam nicht mehr normal. Früher war es nicht so schlimm, kam mir vor. Aber gut, da werden wir noch nicht die Art der Touren gemacht haben. Habt ihr das gehört? Schön, aber steil. Habe ich ja gerade gesagt. Geschenkter Tag heute nochmal. Jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen weiter oben. Hier hört man den Bach im Hintergrund rauschen und Panorama ist echt wieder richtig geil. Wenn die Berge so leichter angeschneit sind, das schaut schon immer noch mal extra gut aus. Hier schaut es einfach schon wieder so geil aus. Mit dem Latschen und dem Schnee und so. Wahnsinn. Bei uns gibt es jetzt erstmal eine Stärkung und dann schauen wir, ob es noch weiter geht. Aber wahrscheinlich schon. Landjäger und Brot. Und dann verfressen den Nachbarn, wie es ausschaut. Ja, die muss man auch haben. Ja, naja. Aber es ist jeder, wo man hält. Ja, voll. Das ist ja das Wetter. Mitte November. Äh, ja. Aber ich bin noch ein bisschen verschwitzt, deswegen habe ich die Jacke schon. So ein Nachtbuch hat man auch gefunden. Nein, nein. Da geht es eben rauf für uns. Vielleicht seht ihr den Martin ja eh gehen. Habt ihr ihn schon gefunden? Ich zeige ihn euch mal. Da. Und Panorama ist wirklich geil. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Richtig satt. Und unser Ziel ist dann das da. So, jetzt ist er auch da. Seht ihr das, wie geil es hier aussieht? Heute kämpft er. 3.000 Meter. Über 2.000 Meter halt. Hä? Jetzt ist er verwirrt. Hier wird es jetzt schon wieder ein bisschen interessanter. Spannend wird es dann natürlich beim Runterfahren. Vielleicht wird das für mich eine Schiebestrecke. Aber mal schauen. Da seht ihr jetzt nochmal den Gipfel. Das Kreuz schaut schon mal richtig cool aus. Ich freue mich, wenn wir oben sind. So, jetzt sind wir am Gipfel gerade. Perfekt schaut es aus. Ich meine, gut, hier wird es noch ein bisschen schwierig. Aber ausschauen wird es geil. Oben sind wir. Schmeiß runter das Radl. Hast du ja verdient. Mitte November. Schau euch das bitte auf. Das ist Wahnsinn. Über 2.700 Meter. T-Shirt-Wetter. Tschüss. Sorry guy, sorry, sorry guy. Okay, sorry guy. Oh, hier ist er, oder? Oh, hier ist er, oder? Das war's. 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 Das war's.